ja willkommen zurück bei meinem kanal wir öffnen heute ein multipack der magitex bundesliga 22 23 saison schauen was wir da drin so finden es wird übrigens auch noch ein battle mit dem multipacks geben das kam ja gut bei euch an und deswegen werde ich es auch noch mal machen mit dem blistern war das ja schon relativ gut bei euch und deswegen machen wir das hier auch so bei den 10er booster und hier ist die limmi drin und traditionsgemäß machen wir das limmi pack zuerst hoffentlich mit einer limit die mir noch fehlt ja die fehlt mir noch da bin ich mir eigentlich relativ sicher oder also jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher bako aber ich glaube der müsste mir noch fehlen dann haben wir hier idrisi dann petersen hin campi der starspieler von kruse der ja nicht mehr bei volksburg ist und das bremen logo so kommen wir hier zu dem fünfer booster so da haben wir führig masovic dann für die kölner andersson doki und für die leipziger simikan oder simitian dann kommen wir zu den beiden 10er boostern da starten wir mit ito der gegen uns gewonnen hat aber naja egal wenn man friedrich kohr kilian gravenberg ötzjan dann starspieler duksch das mainzer logo und hält von morgen pop ziehen pop ziehen keine ahnung wie man es ausspricht so und der zweite 10er booster ist am start wir haben rap flick dann los hier höhler dabbur olmo backer matchwinner hirgotta zoller als heritage karte und dann haben wir hier nitro wenn euch das video gefallen hat dann lasst auf jeden fall einen daumen nach oben da abonniere nicht vergessen ansonsten würde ich sagen hören wir uns im nächsten video und ciao haut rein dann